Oh, seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Dann packt ma's. Ich bin der Uwe und ich bin Liedermacher. Er war schon immer der Größte. Und ich war nur eine Burg. Hab versucht, euch genauso zu machen, wie er das tut. Ich denk jedes Mal mit Marc was, da wird so gut. Ich weiß, das soll man ja nicht. Das ist albern und dumm. Doch ich rechne noch immer in Marc um. Das war die 8, 5, 7, nee, diese Zahl ist krumm. Was mein Geburtsjahr rückwärts oder richtig rum? Das Datum meiner Taufe durch die Anzahl meiner Ex. Ich kann mich nicht erinnern, ich glaub, ich drück zu oft die 6. Verdammt, die einzige Nummer, die ich mir heute merken kann, ist die Gestern mit dir. Wenn ich zurückdenk' an das Jahr, als ich so 13, 14, 15 war. Das Telefon, das war lindgrün. Man konnte es nicht, wer weiß, wohin ziehen. Weil es an einem Kabel hing. Im Internet, da waren wir nie. Wir waren draußen, hatten aufgeschlagene Knie. Wir haben stundenlang gekickt. Den Fahrradschlauch noch selbst geflickt. Am Anfang unserer Zeit, da wurde es schnell klar. Die Sache wird nicht einfach, sagte Adam zu Eva. Wir synchron auf verschieden, leben als Frau und Mann. Und wenn du ganz ehrlich bist, dann passt es gar nicht zu. Der erste große Unterschied fällt mir da sofort ein. Zum Shoppen taugt ihr wenig, tut mir herzlich leid. Die Waschmaschine ist ein wirklich kompliziertes Ding. Dass du nicht verstehst, wie's geht, das glaub ich dir, Liebling. Thermomix ist für jedermann, weil, naja, fast jeder damit kochen kann. Das Essenmacher geht bei uns ab jetzt ganz fix. Bei uns, da kocht nur noch der Thermomix. Genau, der Thermomix ist für jedermann. Wir fahren einfach weiter, vielleicht gibt's einen anderen Weg. Nach hundert Metern links. Tönts aus dem Gerät. I fang an zu grinsen, i muss nimmer lang fahren. In a paar Minuten bin i auf der Autobahn. Und was dann folgte, das war wirklich krass. Bevor ich's richtig check, war i auf ner Schotterstraß. Du hast nachts an meiner Tür geschellt, wolltest rein in meine Welt. Dingeling, ding, ding. Dingeling, ding, ding. Hab dir Bettchen in mein Herz gebaut, meine Katze hat miaut. Sie war nicht dein Ding, gar nicht dein Ding. Männer sind noch nicht geschaffen für ein monogames Leben. Er doch wohl irgendwie dazu, nach Pobacken zu streben. Mensch, wir zwei sind doch modern. Ach, wir sind doch nicht von gestern. Außerdem sagt deine Mutter, ich pass mehr zu deiner Schwester. Hey, ich raff nicht, dass du das nicht kapierst. Und wegen so ner Kleinigkeit gleich randalierst. Habt ihr's gehört? Das ist der Antritt. Also wenn wir loslegen. Also wenn wir losgehen. Die erste halbe Stunde, die laft vorlor. Wir kämen nicht ins Schwitzen müssen, nicht vor die Dor. Dann kommen wir an ein Schild, wo drauf stand, dass ab jetzt nur noch 60 Minuten sind. Foda, ho, da Marihuana, ba. Seitdem ist der Typ wieder völlig normal. Mein Foda raucht ihn doch ein Eimer voll Schiff. Und ihr ist brav am Ur. Ihr raunert ihr Leben mit. Dankeschön, macht es gut. Uwe und Ines, Servus, ciao, danke. Refrain hätten wir auch noch. Oh ja, stimmt, wir gehen da noch mal. Ob Nord, Süd, Ob, West, Ob, Ost, Ob's, Groß bis Klein bist, Haare hast, ne Frau bist oder auch ein Mann. Gegensätze ziehen sich an. Ob Nord, Süd, Ob, West, Ob, Ost, Ob's, Groß bis Klein bist, Haare hast, ne Frau bist oder auch ein Mann. Gegensätze ziehen sich an.